Hier haben wir eine sehr schöne Landhausküche der Firma Nobilia für euch. Matlackfront, ausgestattet mit hochwertigen Geräten der Firma Smeg, sowie eine Miele-Geschirrspüler. Die Maße sind 2,10 Meter hier und im L-Schenkelbereich 3,10 Meter mal 2,40 Meter. Der Miele-Geschirrspüler verfügt über die Knock-to-Open-Funktion. Das großzügige Kochcenter in Edelstahl der Firma Smeg mit Haube lässt keine Wünsche offen, sowie natürlich auch die große Kühl-Gefrier-Kombination von Smeg nicht. Auch diese Küche ist individuell auf eure Maße anpackbar, umplanbar, erweiterbar. Sollten ihr Fragen sein, sprecht uns einfach an. Wir kümmern uns sehr gerne. Wir sind erreichbar per E-Mail oder Telefon. Wir sind da und wir sind da und wir sind da und wir sind da. Vielen Dank.